servus freunde und herzlich willkommen bei einem weiteren part die suche des feuers ja und es geht weiter in diesem gebiet mal gucken was uns hier erwartet spannende abenteuer action ach hier ja ich vergaß hier war ich ja schon okay ich muss alles noch mal machen jawohl ja gut das kriegen wir hoffentlich fix hin irgendwo waren stein den ich brauche da ist ein stein okay weiter 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 dem müssen wir hier ablegen schnell durchlauf hier den stein nehmen wir da runter dann gehen wir hier lang linken hat mal dahin da schon der mäusekopf jener hier haben einfach nur ein spinnnetz das weiß ich noch die musik ist auch cool ich muss irgendwo drauf drücken da wohin das jetzt auch immer verschwunden ist nein jetzt bin ich zu schnell gewesen warum auch nicht mehr warum auch nicht gut aufgehoben stein hier hingelegt ja machen wir zuerst mal kommt auch neben gleich direkt ne ach so ne falsches füßchen ja auch noch ein falscher oberkörper ja es tut mir leid so den können wir drehen kriegen wir den so da oben raus gut dann haben wir das schon mal fertig müssen uns dann in diesen riesen ding da den hier verwandeln ich würde sagen das ist richtig nimm den korken stecken den dem frosch in den arsch ich möchte gern alles noch mal mitmachen so da kommt erst mal drin gepökelt okay und weiter 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 du musst den stein hier noch weg hiefen mein jung haben die ewig zeit wir sind seit ich wupp der stein kann hier hinten irgendwie drauf was glaube ich gar nichts bringt aber wir stellen ihn da hin ordnungshalber das ist aber das ist sogar mund offen ne du sollst darauf gehen verwandt sich jetzt direkt ne ne schade so jetzt gehen wir dahin ich finde das immer noch genial so jetzt müssen wir hier erstmal reinfliegen können wir da reinfliegen oder müssen wir ne ne was oh ja bestäube ach jetzt verstehe wahnsinn und hinten war noch eine pflanze das weiß ich noch gönn dir gönn dir hier da wo uns der frosch gefressen hat beim arsch rennen alles klar nein dann müssen wir uns jetzt nochmal eine maus verwandeln damit wir da jetzt weiter kommen so ok mein kleiner freund verwandel dich ah jetzt kommt gleich der parcours ne ist ja eigentlich irgendwo noch eine goldmünze hier fehlen drei stück also eine haben wir drei brauchen wir insgesamt ok wupp 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 Wohne durch. Oder habe ich hier irgendwo noch einen übersehen? Ja, der kann natürlich durchsprinten. Aber in dem Aus wird blockiert. Aber finde ich eigentlich eine coole Idee. Ah, wir müssen das alles direkt in die richtige Richtung schon zeigen lassen. Okay. Dazu müssen wir das nicht nochmal machen. Der läuft gleich oben lang. Wuhu. Wuhu. Ah, wir müssen alles direkt vorbereiten. Alles klar. Wie soll denn das funktionieren? Alles klar. Kann ich denn drücken während der Zeit? Muss ich drücken. Muss ich. Ne, ich kann nichts machen. Okay, das ist jetzt faszinierend. Wie könnte ich denn das einstellen? Was ist das hier? Was ist das hier? Das ist natürlich genial, dass sich das so bewegt. Und rutscht hier runter. Darauf. Gibt es hier drüben noch was, was wir drücken können? Und der muss auch oben bleiben. Weil wir darüber wahrscheinlich springen müssen. Verstehe. Verstehe. Zack. Ne, das war schon... Ne, war falsch. Richtig. Wupp. So, gucken wir mal, was es hier gibt. Habe ich da schon alles gemacht? Ich drücke das jetzt nur ausnahmsweise. Hier noch was. Was hat es denn damit auf sich? Verstehe ich nicht. Ach. Stimmt. Jetzt müsste es funktionieren. Genau, der kriegt nämlich erstmal Fett auf die Fresse. Verstehe. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Das macht Sinn. So funktioniert das. Der kriegt Fett auf die Fresse und dann geht es weiter. Aber ich hoffe, der dreht sich nicht, wenn der sich umdreht. Weil sonst müsste der nämlich in eine andere Richtung zeigen. Das sehen wir ja gleich. Wahrscheinlich ist das so, wie ich es gerade gesagt habe, richtig. Ja. Der muss sich zweimal drehen. Gut. Der muss nämlich nach da zeigen. Okay. Wenn ich da jetzt... Eins. Eins, zwei, genau. Und Verwandlung. Dann müsste der nach da zeigen, weil der sich zweimal dreht. Genau. Okay. Stell dich hier hin. Deswegen ist der Fußstapfel da. Okay. Eins, zwei. Entschuldigung, Junge. Aber Schläger auf den Hinterkopf. Hör, dann habe ich das Denkvermögen. Habe ich mir sagen lassen. Also, ich weiß das natürlich nicht aus persönlicher Erfahrung. Okay. Verwandlung. Gib ihm. Und los geht's. Jetzt müsste es funktionieren. Das mit dem Korken ist übrigens eine lustige Idee gewesen, fand ich. Oh, naja. Was los? Wuhu. Und... Wupp, wupp. Jetzt. Okay. Die Hand muss noch nach oben, wie ich gesagt habe. Ich dachte, das hätte ich schon erledigt. Habe ich aber nicht. Was bist du eigentlich für ein witziger Kauz dahinter? Okay. Wo geht's eigentlich danach hin? Springt er dann da durch? Kann ich dich denn... Kann ich dich einfach abstellen? Nee, ne? Okay. Okay. Jetzt nochmal Mäuschen spielen. Mäuschen sein. Mäusechen. Und rüber. Jetzt muss das aber funktionieren. Ist hier oben irgendwo die Münze? Ich klicke einfach mal alles an. Juppie! Jetzt müsste es aber eigentlich funktionieren. Ja. Ach, der Stein muss da drauf. Oh, verdammte Scheiße. Komm schon. Kann doch keiner ahnen. Okay, zack. Der Stein kommt hier runter. Dann kommt der jetzt mal hier drüben hin, damit die Hand wieder unten ist. Wupp. Dann kommt das sein. Dann macht natürlich auch Sinn, den da hinzulegen. Weil sonst liegt der da einfach nur rum. Da rauf. Hoffentlich fällt ihm die Hand jetzt nicht ab. Schwupp. Dann kommt die wieder da hin. Ich hoffe, wir haben jetzt an dem Reißverschluss da oben nicht noch irgendwas vergessen, weil das sieht mir eigentlich nicht so aus, als würde das so gut passen, na? Aha. Wupp. Ach. Versteht er? Ne. Ne, ich auch nicht. Aber das Spiel ist echt fantastisch. Es macht richtig viel Spaß. Manchmal sehr knifflig. Wie jetzt. Ist auch ein Kinderspiel, ne? Deswegen. Ah. Du raffiniertes Ding, du. Ist hier da irgendwo so eine Kugel? Ich finde hier keine weiteren. Ach so, ich muss mich zurückverwandern. Macht natürlich Sinn. Komm schon, Urik. Urik. Du machst das. Urik. Urik. Mach Urik. So. Und... Bam. In your face. Yay. Next level. Sieht witzig aus. Ongboga 5. Und wir werden immer besser. Yay. Nächstes level. Nächstes level. Ja, Professor Schnaggels steht hier. Das ist klar. Und da oben ist so ein Handy-Code. Ich habe Code gesagt. Hä? Hey Schnaggels, erzähl mir was. Der will mir nichts erzählen. Ähm. Hier ist nix. Hier können wir nix anklicken. Hier auch nicht. Da oben auch nicht. Komm hier. Ne. Gehen wir mal weiter. Banana. Wahnsinn. Oh, das war ja gemein. Was hat der jetzt gemacht? Das ist echt fies. Warum macht der sowas? Oh ne. Ach, Rätsel. Ein Pavian-Arsch. Den drücken wir mal. Ich weiß gar nicht, was wir damit erreichen müssen. Müssen wir dem jetzt auf den Bobbis hauen? Ah. Wir müssen dem auf den Bobbis hauen. Verstehe. Und wir kriegen eine Bakterie. Äh, eine Batterie. Da hatte ich auch noch eine Banane auf dem Boden. Wofür brauchen wir die Batterie? Wir gucken erstmal, wofür wir die Batterie brauchen können. Vielleicht müssen wir dem anderen Affen hier die Batterie bringen. Ach, wir müssen die Affen glücklich machen. Hier. Batterie. Ne. Können wir die irgendwo einsetzen? Ne. Scheint nicht so zu sein. Können wir ihm die Batterie geben? Jungen, hier. Batterie. Ne, können wir nicht. Können wir die hier hinlegen? Alles klar. Dann holen wir erstmal die Banane hier hin. Und geben die den Affen ganz vorne. Vielleicht gibt er uns einen Tipp, was wir mit der Batterie erledigen können. Wäre natürlich übertrieben gut. Oder können wir uns die Gleichung auflösen mit Kurvendiskussion. Können wir auch unter dem Grafen noch die Polynomen ausrechnen. Ah, noch eine Batterie. Alles klar. Kannst du uns jetzt was erklären? Ne. Will er nicht. Das ist gemein. Und darum ist das kleine Viech. Das ist, äh, sieht mir eher so aus wie ein, eine Elektrode. Das heißt, uns fehlt hier auf jeden Fall noch was. Uns fehlt noch was. Uns fehlt noch was. Uns fehlt noch ganz viel. Ha. Okay. Kannst du das so hoch hinlegen? Ich glaube, das macht keinen Unterschied, ne? Okay. Ich hoffe, ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier machen muss. Und dass ich das hier irgendwie lösen muss? Hm. Was steht da überhaupt? Äh, eins ist gleich die Wurzel, n mal pi, äh, mal, ich weiß nicht, das soll wahrscheinlich auch ein Wurzelzeichen sein. Wurzel aus, Klammer auf, n plus 1, du, halbe, Klammer zu, durch, äh, Wurzel aus pi halbe, mhm, mal, eins, durch, ein, ist das ein E wahrscheinlich, oder ein Plus? Wahrscheinlich ein Plus, ein E wird hier wahrscheinlich nicht vorkommen. Äh, eins plus, äh, x Quadrat durch, zweimal, Klammer auf, äh, ist, ist ein Rundungszeichen hier, keine Ahnung, äh, plus eins durch zwei. Hätten wir auch einen Doppelbruch draus machen können, aber ey, warum nicht? E gleich null, okay. Jungen, gib mir doch mal Tipps. Schweißen nicht weiter. Stellen wir die mal hier hin. Können wir hier nicht irgendwas machen? Ich drücke jetzt, nein, ich drücke noch nicht Leertasse. Ich, ich will mich noch hier versuchen. Wir stellen jetzt mal das hier hin. Und warum der Affe da auch nicht wegkommt, das verstehe ich nicht. Okay, wir lassen das jetzt einfach mal da stehen. Guck, ich drücke jetzt mal ganz kurz. Nichts übersehen. Denken wir mal hier. Okay, ich stelle mich mal selber hier noch mit hin. Ich werde ja nicht verschwinden. Nee, geht also nicht. Okay, habe ich hier noch was übersehen? Nö. Im Prinzip habe ich alles gefunden, was man finden kann, aber ich komme nicht auf den... Warum sind hier diese ganzen, äh, Scan-Dinger drauf? Muss ich das jetzt scannen mit meinem Handy, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ah. Aha. Ich habe keine Ahnung, Leute. Und hier geht es auch nirgendwo weiter. Hm, nee. Und mehr Hilfestellung gibt uns das Spiel nicht. Es hat irgendwas mit den Batterien auf jeden Fall auf sich. Ganz ruhig da ablegen. Okay, dann nehmen wir die mal hier weg. Legen die Batterien mal da hin. Der kann die Batterie da aber trotzdem hinlegen. Okay, probieren wir es nochmal so. Nee. Aber warum der Affe da aussteht, verstehe ich nicht. Der reibt da dran. Nee, der haut dagegen, ne? Und reibt dann... Boah, ich blicke hier gerade gar nicht durch. Das war ja noch simpel hier. Das ganz vorne war auch noch simpel. Müssen wir das lösen? Ich weiß nicht. Hier ist nichts Lösbares. Na gut, Freunde. Dann werden wir dieses Rätsel im nächsten Part lösen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.